Servus und hallo zu Satisfactory. Heute geht es weiter mit Eisen Level 1. Wie werden das Eisen, was wir da hinten runter geholt haben von den vier Quellen und schon geschmolzen haben, werden wir weiterverarbeiten zu den ersten Grundmaterialien. Iron Rots, Iron Plates, Screws und zum Schluss dann die Reinforced Iron Plates. Bewertet bitte den Part und viel Spaß. Dann fangen wir mal an mit ein paar Konstruktoren. Ich möchte schauen, dass ich hier eine Außenwand quasi, komme ich da dann noch rein. Oh, das könnte eng werden. Vielleicht machen wir die Außenwand doch hier. Was haben wir denn für Außenwände, abgesehen davon? Produktion, Strumpf, Fundamente, Wente, Wente, Wente. Da kommen wir halt da nicht rein, ja? So. Ah, okay. Machen wir mal hier. Fangen wir mal so an, genau. Dann, wir brauchen genügend Platz, um drum rum zu laufen. Produktion, Konstruktoren brauchen wir. Vier Stück auf jeden Fall. Also, falls ihr euch wundert, woher ich weiß, wie viel ich brauche, ich benutze Satisfactory Tools. Das ist eine schöne Website, auf der man, da steht schlecht, auf der man sich quasi einstellen kann, was man an Material zum Schluss raus haben möchte, welche Menge, und es zeigt einem dann halt quasi, was man alles an Maschinen braucht und wie viel davon, um da hinzukommen, wo man hin möchte. So. Ich möchte auch gern da hinkommen, und dementsprechend. Genau. Da ist auch genügend Platz dazwischen, das heißt, das bekommen wir hierher. Ein Stückchen rüber. Genau, dafür benötigen wir jetzt auf jeden Fall schon mal Eisen. Wie viel bekommen wir denn eigentlich da oben raus? Mal zwischendurch mal schnell nachschauen. So, kann ich das auch? Ja, ich kann das auch. So, wie viel kriegen wir denn hier? 30 pro Minute. Wir bekommen 30 pro Minute. Wie viel kriegen wir aus der Quelle? Normal. Normal waren, glaube ich, 60. Kann das sein? 60 pro Minute, genau. Ja, deswegen teilen wir gerade auf, auf zwei Smelter. Wir brauchen 60 pro Minute, das heißt... 50 pro Minute, das heißt... 15. Lass mich mal kurz grübeln. 15. Das heißt, 30 pro Smelter, 15. Also aus einem Container gehen wir in zwei Konstruktoren rein. Da brauchen wir aber vorher einen Splitter. Das müsste sieben sein. Genau, Vöderband. Splitter. Einmal. Eins, zwei. Ah, das geht doch super gerade, okay. Perfekt. Hier auch. Okay. Okay. Ah, perfekt. Hier fangen wir an mit Eisenstangen, brauchen wir dann noch Strom, dann geht es weiter, wir brauchen hier noch mal einen, bin ich ganz am Rand gewesen, ja ich war ganz am Rand. Dann geht es hier weiter, was ist los, mir reichen die Platten nicht mehr, ok, ist sowieso die Frage, brauche ich denn einen K1 habe ich doch mal, ja, wollte gerade sagen. 1, 2, 1, 2, warte, 1, 2. Wir brauchen hier ja gar keine, kann ich das nicht, ich kann es nur upgraden glaube ich, oder? Ne, das ist ja nur, das ist nur das Einser, das passt schon, das passt schon, genau. Dann, einmal, zweimal, noch einstellen, was wir brauchen, ups, nicht abreißen auf jeden Fall. Schrauben, äh Quatsch, Stangen. Da haben wir die ersten Stangen, so. Dann geht es weiter, wir brauchen insgesamt 10 Konstruktoren, was ist los, mir fehlen die Kabel, ok. Ja, das ist nicht ganz so einfach, aber das wird schon hinhauen. Habe ich denn, oh, ich habe keine Kabel mehr, ernsthaft. Ich habe keine Kabel mehr, hm, ok, dann müssen wir ein paar machen. Hilft nix, müssen wir wieder ran und ich kann auch kein Draht machen, besser gesagt, ich habe keinen Draht dabei. Kann man gleich einmal nach dem Strom schauen, denn da haben wir ja beim letzten Mal schon gemerkt, dass es mau wird. 55, sieht gar nicht so schlecht aus gerade, ok. Dann können wir aber in der Zwischenzeit das hier vielleicht wieder, äh. Ähm. Ähm. Okay. Ähm. Gut. Draht brauche ich. Na, der Draht ist endlich mal voll, ich glaube es ja nicht. Wow. Okay. Dann können wir wenigstens Kabel machen. Das passt. 10 Konstruktoren, habe ich gesagt, brauchen wir, ja. Ne, wir brauchen mehr. Wir brauchen dann mehr. Wir brauchen insgesamt 5, 10, aber für die erste Stufe brauchen wir 10. 10, genau. Das sind immer so lange Wege, ich freue mich schon, wenn wir die Möglichkeit haben, anders uns vorzubewegen. Das dauert immer so ein bisschen lange. Gut. Schrauben. Äh. Quatschkabel. Gut. Falsche Richtung. So. Ups. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das heißt, ich muss hier noch ein bisschen weiter nach außen gehen dann. Okay. Also die erste Stufe waren Eisensteine. Und hier brauchen wir jetzt 6 mal Eisenplatten. Drei, vier, fünf, sechs. ux. Okay. Gehen wir kurz hier rüber, damit wir hier unten schön voll machen können. Genau. Denn wir gehen hier... Wie geht das? Weiß ich nicht. Okay. Macht nichts. Eingestellt habe ich schon. Genau. Wir brauchen jetzt noch mehr Eisen. So. Da brauchen wir 30 Stück pro oder? Da heißt ich 30, 60, 90, 120. Ich habe einen zu viel gemacht, ich brauche gar nicht 6. Ich brauche 5. Ähm. Sowas. Genau. Das heißt auch 30 pro. So. Wir bekommen 30 jeweils rein. Das heißt mir reicht das hier gar nicht. Ich brauche doch die hier unten noch dazu. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Machen wir erstmal. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Was habe ich denn jetzt gemacht? Das war ja gleich gar nichts. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Ja perfekt. 30, 30. So jetzt brauche ich eigentlich hier hinten noch mehr Eisen. ich brauche vor allem muss das da mal weg jetzt ok ich muss hier hinten ausbauen das hilft nix da rennt doch irgendwas rum oder oder auch nicht ok dann demontieren wir hier erst das ganze zeug so wie wir es oben auch gemacht haben denn wir müssen das hier alles neu machen sagen wir mal es geht schon los dass der platz nicht mehr reicht ok proben wir mal ob wir hier einen miner hinbekommen jetzt noch das sieht schlecht aus das ist zu weit oben ok dann müssen wir improvisieren wie kriegen wir denn zwei schmelzer hierher ich glaube ich werde die in dieser richtung aufstellen müssen genau dann brauchen wir einen miner und zwar in diese richtung genau und da fehlt mir jetzt natürlich kann ich das was hier kann ich ja kann ich gut gut wow ähm k1 miner ik k1 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 k2 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 k3 k3 k4 k4 Komm ich da hoch? Ja. Das ist zwar jetzt nicht ganz so gerade, aber das ist jetzt einen Schlimmen. Gut. Okay. haben wir noch mal die strommasten hier weg das müssen wir sowieso anders anschließen alles dann benötigen wir hier einen splitter aber auf jeden fall schmelzöfen machen wir das am besten ist das zu weit nein das sollte hinhauen komm wir hauen das in die mitte muss der nochmal weg dann splitter dann förderband genau so ist es nicht besser dann haben wir schon mal einmal und hier machen wir den ganzen soms auch nochmal genau so splitter ja genau schön dann container als übergang zum übergang nee das gefällt mir nicht so ganz das machen wir anders wir setzen den tatsächlich hier direkt nebendran keine eisenplatten mehr keine eisenplatten mehr eisenplatten haben die aber hier rüben noch herinnen was bedeutet die mk1er sollten wir auf jeden fall bauen können ähm nein so ein stückchen weiter vor jetzt aber perfekt gut dann benötigen wir strom da unten drunter läuft irgendwas rum das ärgert mich schon wieder hier ich höre die ganze zeit dieses rascheln da werde ich ganz kirre jetzt läuft es unter mir rum na super danke ähm das mal hier so jetzt haben wir es halt bald das macht ein bisschen arbeit aber das geht jetzt nicht anders ich müsste sowieso entweder hier raus oder in die kist oder aus den kisten raus nehmen wenn ich die abbaue so dann kann ich das hier gleich mit weg bauen dann machen wir und dann haben wir fertig hätte ich jetzt beinahe gesagt da ist aber auch schon zu voll zu blödsinn nicht zu voll wir haben noch eisen und ... genau ... eisen ... achso ... äh ... zwei ... ah da sind sie eisen ... das sieht doch ganz gut aus so jetzt brauchen wir erstmal hier hinten nochmal einen strom und zwar ... brauchen wir auf jeden fall einen hier so ... für diese beiden und ... für diese beiden ... genau ... so dann gibt es eisen wieder sehr gut genau perfekt ... alles klar ... was haben wir gesagt wir brauchen ... ich habe nochmal nachgeguckt ... wir brauchen eigentlich sieben ... sieben stück ... ähm ... hier vorne ... eins ... zwei ... drei ... vier ... fünf ... sechs ... sieben ... wir haben ... zwei zu viel ... kann es sein ... ne ... Moment ... sieben ... das melde brauchen wir jetzt ... vier ... plus fünf ... neun ... brauchen wir nicht ... zehn ... genau ... eins ... zwei ... drei ... vier ... fünf ... sechs ... sieben ... acht ... neun ... perfekt ... und hier brauchen wir jetzt auch nochmal ... ne ... ne ... ne ... ne ... die müssen wir hier noch dran kriegen ... machen wir ... machen wir das am besten ... dass wir noch durchlaufen können ... fangen wir ... fangen wir ... eigentlich egal ... oder ... eigentlich egal ... oder ... eins ... zwei ... ... ... zwei ... ... und hier dran ... ... das sind jetzt wieder mk2-Förderbänder oder ... ja ... mk2 ... mk2 ... ... ... ... das hier ist ein 1er ... kann ich die auch downgraden ... ... ... ja ... kann ich ... ... gut ... Gott sei Dank ... ... ... ich dachte jetzt schon ... ... die brauche ich gar nicht ... mk2 ... ... das sind 1er ... ... da ist auch ein 2er ... ... da ist wieder ein 1er ... mein Gott ... ... wo habe ich wieder hingeschaut ... ne ... ... ja ... wo du hingeguckt hast ... ... weiß ich leider nicht ... ... aber das sehen wir dann ... ... im nächsten Part ... ... ich danke euch fürs zugucken ... ... und ... ... bis zum nächsten Mal ... ... Ciao ...